Die ausgleichende Gerechtigkeit besteht darin, dass wenn auch bis auf den einen, die beiden anderen Kanäle in ihrer beschleunigten Pulsation nie voll zu kriegen sind, wird immer weiter, immer mehr, immer dickere Dinger begehren, dass irgendwann der Kanal von allen dennoch volllaufen wird. Und dann ist es so, wie ich auf eine Channeling Prophetin geschrieben habe, bei mir hat in meinem Kanal das göttliche Mitteil geteilt, dass die Seelen leichter ins Jenseits kommen könnten, wenn die Wasserkanäle in Griechenland größer dimensioniert wären. Sie hat keine Antwort gegeben, sondern nur ein Herz mit Kommentar.